Hallihallo Leute und wir sind wieder da. Wir sind jetzt aus der Noob Gruppe raus, wobei ich muss sagen, ich habe nicht wirklich viel weniger gefehlt als die anderen. Naja, auf jeden Fall sind wir jetzt raus. Ich habe ganz vergessen die Leute zu erwähnen, wie sie hießen, aber ich weiß noch, der Haider hieß Power of Heal und der Tank hieß... Der Tank war gut, aber wie ist der Schocker? Lira, genau. Lira von Golgonash und der Haider war Power of Heal von Alleria. Echt? Ich habe nicht darauf geachtet. Egal, auf jeden Fall, wir haben ja nur diesen einen Bosskampf, aber das... Die Namen kann man ja sehen. Ähm, ja... Ich hatte technische Schwierigkeiten, lustigerweise. Ist nicht so, dass... äh, Sweb hat manchmal Stimmungsschwankungen wie eine Schwangere. Von daher, bitte verzeiht mir, dass ihr jetzt nichts von der Instanz generell sehen könnt, aber wir haben wirklich nur zwei Bosse getötet von vielen und deshalb machen wir die Instanz nochmal ganz von vorne. Ja, aber... Ich muss sowieso noch anmelden. Für den Friedhof soll ich da... joa... Ja, mach direkt mit. Wir werden das aber nicht aufnehmen. Nicht aufnehmen werden wir den Friedhof, weil, ja, haben wir schon gezeigt. Das blöde. Und immer nur in Stamten ist ja langweilig, ne? Ja. Obwohl man ja andersrum, wenn auch sagen kann. Naja, aber... okay. So, wir haben jetzt alle Questfertig, glaube ich. Jupp. Ja. Ja, wunderbar. Ich würde sagen, dann machen wir noch eben... eben... Warte, wir lassen mal eben den Flugpunkt hier abholen, wo wir gar schon her sind. Aha, wo? Hier ist mitten auf dem Weg in einem Lager und wo ein Flugpunkt ist. Da Fort Livingston sehe ich sogar auch 6. Was wir noch besprechen müssen, was machen wir jetzt eigentlich, dann machen wir Schlingendorn Cup oder was für mich ist brachend? Schlingendorn, äh, weiß ich gar nicht. Ich würde sagen, Schlingendorn Cup beim südlichen Brachland müssen wir so scheiße weit laufen. Hm, stimmt. Die Portale kann ich jetzt auf 42. Ja, doch finde ich, dass Brachland wäre schon wert, ist zu zeigen. Obwohl... Ich habe in Schlingendorn Cup nie gelabelt. Gibt's da viel? Oh, jetzt. Oder... 10-20. ... oder 10-20. Okay, wurde verkauft, let's play together, blind. Dann haben wir ja das da geklärt. Ja. Okay, aber mal den Flugpunkt hier abholen. Und die Crest ignorieren. Komm. Hm, oh ja. Und ich fliege nach oben mit dem Lager. So, äh, holst du dir jetzt dann deinen Duel-Spec, oder? Nein, ich gib die Crest ab. Ich weiß die Crest ab. Ich bin dumm, ich muss mich nach ausladen. Wieso, wieso, wieso? Ich hab mich nach, äh, Dings. Ja, äh, wie heißt's? Stormwind fliegen lassen. Und was bringt das Ausloggen dann, lol? Äh, da fliegt man auch nur bis zum nächsten Punkt, oder? Da war doch was. Stimmt, 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 genau, stimmt. Ihr habt hier übrigens gerade ganz kurz, so eine Millisekunde meine Charakterliste auf dem Realm von Quidoras gesehen. Ganz viele Level 30 bis 40er. Aber... Aleksaza, das ist mein Realm. Wilde Allianz. Und heute bei dir ist... Black Hat, genau. Genau. Wenn sie das eingedeutscht hätten. Ich bin... Ja, ne, ey, lustigerweise. Da hat das, äh, gestern ein Kollege von mir auch gesagt. Die Damen wurden alle eingedeutscht. Aber nicht die Server. Warum nicht? Mhm. Warum nicht? Das ergibt keinen Sinn. Black Hands, Proudmoore... Das gibt's alles noch. Obwohl das alles... Schwarze Hand, Syndikat... Jo. Äh... Prachtenschein. Ja, ich komm gerade auf Syndikat, weil ich gerade einen Kollegen von mir angucke. Achso. Ich schreibe ich mal. Fliegen, wenn es laggt. Sorry Leute, wenn es laggt, aber... Ich kann dafür nichts, meine... Festplatte... Ne, die ist noch nicht mehr so ganz voll. Hm. Wieso lag das? Böse. K.A. So, Quest abgeben. Böö, Quest ab... Oh, ja. Und hast du die Quest schon angenommen? Ähm... Nein, ich gebe sogar das. Aufstehen in Nordrhein. Ja, klar, das... Ja, das sowieso. Okay, gut. Ich könnte dir jetzt ein Quest-Text vorlesen. Ach, ja, übrigens... Lust auf eine Runde Würfeln? Und geil? Ja, okay. Okay, warte. Ich war ja hier noch, ne, und so. Ähm... Ladies first. Warte, 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 warte... So. Also wieder Differenz? Ja. In Silber, okay. Ladies first. Okay, gut. Der halbwegs hohe Zahl. Eigentlich wüsstest du ja... Äh, jetzt sagen, ja, dann fang mal an. Egal. Ähm... Nein! 19! Yes! 19 sind wir schon, okay. Weiter geht's. Ja! Nein! Okay, bitte. Bitte keine 1. Bitte keine 1. Boah, nein! Warte, 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 warte. Warte, ähm... 22, das heißt, 8 sind wir schon, ähm... Ne, 6... Nein, warte. 22 sind das, ne? Jo, ich glaub ich hab 4, oder? Ne, boah... 22 und ich hab 19. 24 und 80, 4, ich schuld dir jetzt, 10 Silber. Nein. 3. Warte mal, vorhin hatten wir 12 Differenz... Ne, 19. 19! Oh, 19, okay, okay. Jo, dann sind's 3. Okay. Ja! Heiße, scheiße, scheiße. Go, 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 go! Yes! Okay. Ähm... 30 sind 29, 29, shit. Und ich bin lab lab, cool. Ich auch. Okay, 29 jetzt, äh, zack. Und random. Das ist Simon... Boah! So, klar! Äh, 29, warte, das sind dann, äh... 49, 29. Du musst mir 20 gehen. Okay, das kriegt noch nicht allzu hoch. Go, 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 jetzt, jetzt wirklich ne 100. Oh, kein Pass. Warte, das sind dann, 66, sind dann... 15, 15 schuld ich dir. Mhm. Aber mein, äh, fang du lieber an. Okay, 15 jetzt. Random? Oh, ja. Sehr nice. Okay, dann... 15, 25. Nein, Mann! Was hab ich heute für mich gesagt? Jetzt der 100, 100, 100. Nur, da bin ich hier, 100. Doch, hab ich schickt mir ein, 100. Boah! Hahaha! Okay, 1, wieder das 25, äh... Ja. Ja. Was? Geil, eh, me, geil! Nein! Bitte, bitte jetzt! Ah, mag! Ich... Dafür, dass wir jetzt richtig ausnutzen müssen. Okay, 24, 20, sind dann... 16, sind dann 40 selber. Jo. Okay. Ja, 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 komm, komm, komm! Dann,해도. Na, wic batter, nich schreiste jetzt die ganzee Idee an, no? Random cabinets... Brief, wirklich, ich schwäm, bereit, ich schwäm, bereit, ich… Gott, 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 gott. JAAAA better than... Principates... Nein, oder? Nein. Okay, 58... Ja, stimmt, ora, vaan ja... 48. 48 Echt? Okay Okay, wenn du das sagst, okay Ja, egal Nein, ich glaub's nicht, ey Yes! 48, 46 54 Wie nice Ich zieh dich grad voll ab Aber wenn du jetzt ne 100 Würfest und nicht ne 1, dann wär alles wieder Aber, naja Ja! Nein, ich glaub's nicht Das sind dann 1, 6 Das sind dann 1 Gold und 1 Gold und und 5 Ja, ich würd mal sagen, wir würfeln am Weg ein bisschen weiter, weil dann Ja Laufen wir gleich ein bisschen oder musst du noch nach Stummen Nein! Machen wir Also, wie viel? 1 Gold und 15 Wenn ich nichts habe Okay Oh, jetzt kommt eine niedrige Zahl von mir, ich weiß es Ups Ups Das Jetzt kommt es? Ja! Ey, was für Glück, was für Glück heute Ich glaub 15 und ähm, ah, 15 plus 4, 7 7, 17 sind dann 32 1 Gold und 32, oh wie nice Ah, ja, komm, komm, komm Komm, komm, komm Bitte, bitte, bitte Nein! Super Das sind dann 4 und 30 Neu, ich schuld dir nur noch 1 Gold Aber jetzt mach ich wieder zurück Jetzt mach ich wieder zurück Jetzt mach ich wieder zurück Pass auf, jetzt mach ich wieder zurück Nein! So viel dazu Komm schon, komm schon, komm schon Nein! So viel dazu, genau, so viel dazu Ah, ich liebe dieses Spiel, das spiel schön Oh, Gott Ähm, 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 ähm 97 Äh, falsch 33 390 390 BAM! 390 390 Ich kann nicht hinsehen, ich kann nicht hinsehen 390 Nein! 390 Ich hör wieder so Nein! Aber mein gesamter Gewinn schmilzt dahin 390 390 minus 8 und 30 Hey, wie Gambling? Okay 390 38 Komm, 390 minus 38 äh Sind dann 85 sind dann 5 50 Ah, nur noch 55, wann? So, komm, jetzt, wo für dich was heißt das? Yes! Nein! 50 plus 20 sind dann 75 50 hm Ah, gut Wo bleibst du? Hä, wo? Ich bleibe? Ist doch hier oben! Äh... Ich bin gerade auf dem Weg nach da drüben Wir wollten noch zu Ding, Singalading da Hä? Ja! Oh, kannst du die Quasten verteilen? Bitte kannst du sie teilen, bitte kannst du sie teilen, bitte kannst du sie teilen teilen Ja, gut Oh, der coole weiße Sieger, den habe ich mit einem Jäger gezählt Okay 74 Ich glaube, der hat so ziemlich die gesamte Welt gezählt Ah, komm schon random Nein! Nein! Okay, wunderbar Das sind dann 6 6 6 36 Nein, doch 36 36 Ah, noch so wenig Komm, komm, komm 68 38 38 sind's 38 schuld ich dir noch Komm schon Komm schon Komm schon Ja Nein! Da ist... 38 Plus 17 sind's 45 Bäh! 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 Nein... Übrigens äh Nein! Ich bin doch vorher irgendwie, ich bin doch vorher Ah, hilf mir, ja! Heilung, 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 Heilung. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Warte, wo bist du? Warte. Warte. Ähm, vier. Ähm. Gott, mein schönes, verdientes Geld. Warte, wie viel hatten wir jetzt? Ich glaube, 45, oder? 45 hatten wir und jetzt? Warte, das sind... Jetzt schuld ich dir. Ehm, 15. Warte, warte, warte. 74 minus 70, das sind dann... 26. Gut, 26 schon, das tut mir. Ey, Leute, fangt nie an zu spielen. Oder hört auf, wenn ihr halbwegs einen Gewinn habt. Ich heisse, euch das. Ja, wir spielen so lange, bis ihr da aufgibt. Komm, 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 bitte, 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 bitte Das war's.